so hallo und willkommen zu einem neuen video ein ganz kurzes video wo ich euch mitteilen möchte dass wir gebrauchte handys auch mit dem angebot haben dass wir auch gebrauchte handys ankaufen also wenn ihr gebrauchtes gerät habt was ihr loswerden möchtet bringt einfach vorbei wir schauen mal ob wir es direkt ankaufen oder ob wir das dann im auftrag für euch verkaufen je nachdem wir machen auch handy reparation also display brüche oder sonstiges akku wechsel beim iphone wenn ihr da irgendwie fragen dazu habt einfach zu uns in den shop kommen da wird alles beantwortet das war's mit dem kurzen video danke fürs zuschauen bis zum nächsten video ciao